Ja, wo sind wir denn jetzt gelandet? Oh Gott, die schießen auf mich. Und hier ist eine Railgun. Die nehme ich... Das ist meine Railgun. So, pass auf. Und... Schießen wir auch? Wow! Und... Komm, lad nach, lad nach, lad nach, lad nach! Hallo? Würden Sie bitte sterben? Danke. Ist sein Kopf gerade geplatzt? Wieso ist sein Kopf größer geworden und ist geplatzt? Naja. Och, da ist ein Geschütz. Und ein Schwein war da auch. So, muss ich hier rüber? Ja, mit dem Auto wahrscheinlich später. Achso, oh Gott! Boah! Ne, also, wenn ich nicht aufnehme, läuft Duke viel flüssiger. Und ja, da bin ich auch viel besser im Ziel. Boah! Ich find's irgendwie komisch, dass Duke laggt. Hm. Vier läuft flüssig eigentlich, so. Na? Ah! Ah! Oh Gott, ich bin tot. Ach, wir haben noch ein Duke-Bier. Das trinke ich gleich. Aber dann sind wir betrunken und dann treffe ich ja gar nichts mehr. Oh nein! Oh nein! Lecker Schweinefilet. Oh ja! So. Ach, mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich in jedem Part erwähne, dass Duke Nukem laggt, oder? Holli, langsam wissen wir es! So! Ah! Du wirst keine schöne Leiche. Na? Gut. Ähm, ja. Yummy, yummy, yummy. Ja! So, was wollte ich jetzt machen? Granaten aufheben. Ach ne, ich bin schon voll. So, ich hab so'n Gefühl, dass wir hier raus etwas nehmen müssen, wie zum Beispiel... Ne, Moment, da liegt was. Eine Tretmine! Nehmen! Ignorieren. Gut, ignorieren. Nein, brauchen wir nicht. So, wo muss ich denn jetzt lang? Muss ich denn im Auto hier Öl abzapfen? Ne. Dann renne ich jetzt einfach mal hier lang. Muss, wird schon richtig sein. Oh Gott! Boah! Hab ich ne Schroffrinse? Jawoll! Komm schon! Ah, ich bekämpfe Feuer mit Feuer! Und... So. Und jetzt... Ach, das ist doch hier die Mission aus der Demo, oder? Ich glaub schon. Weiß ich gar nicht mehr. Naja. Und, oh oh! Wie hinterher hätte ich einen auf gewartet hat, dass ich da um die Ecke komme. Und er ist tot. Und er schwebt. Und... Er wird exekutiert. Ja. Und... Ja. Bis im nächsten Leben. Da ist wieder jemand am Geschütz. Aber ich sehe nicht. Doch. Habe ich noch Munition für die Railgun? Ja, zwei Schüsse. Nachladen. Und... Hasta la vista, Schweine! So. Haha, der Witz ist ja neu, Duke. Ha, den hab ich noch gar nicht gehört. So. Alles nehmen. Munition. Wow! So. Ne, das ist nicht die Railgun. Moment, hier. Na komm her. So. Weg ist er. Ah, komm her. Wie echte Männer klären wir das. Ja. Mannsweib. So. Jetzt bin ich hier. Und da kommt ein Flieger. So, wir nehmen jetzt das Geschütz und ja. Ich zeig euch mal wie es geht. So, ach da hinten. Ganz viele, Duke. Ganz, ganz viele. So, und da hinten kommt einer. Und aufpassen, dass die Waffe nicht überhitzt wird. Schön pusten. Geht schneller. Und wir werden abgeknallt von dem Ding. Wow! Und wir sind tot. Fast zur Hölle. Da, boah, da hatte ich ja gar keine Chance zu reagieren. Okay. Gut, also wenn der kommt, müssen wir irgendwie rennen. Und uns verstecken. Oder abknallen. Ich weiß gar nicht. Was müssen wir denn tun? Habe ich eine Chance gegen den? Oder ich verstecke mich hier. Ach, hier ist so eine... Ah, okay. RPG. Eine RPG. Und hier ist ein Maschinengewehr. Nimm das! Da ist ein Schweinchen geflogen. Habt ihr es gesehen? Ja. Und da fliegt es wieder. Und direkt auf mich! Nein, doch nicht. Die sehen irgendwie so klein... Oh, oh! Und... Arsch mit deinem Arsch! Was war das denn? Ach, und wir sind wieder tot. Boah, ne. Okay, da haben wir keine Chance. Da muss ich das... Da muss ich die... Nicht die, der... Der... Den Raketen wäre von dem. Ja, jetzt habe ich's... Habe ich schnell gegoogelt. So. Ach, verdammt. Naja. Lief ja zu lange gut. So, und jetzt... Kommt her! Hui! Hui! So. Oh Gott, der kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Ah! Oh! Was zum... Hey! Können wir das nicht mit Worten klären? Ah, verdammt. Ich muss warten, bis es rot wird, denn dann verfolgen die ihn, oder? Oder... Interpretiere ich das falsch. Interpretiere das falsch. So. Okay, ja, er steht schon wieder unter... Unter... Ähm, Strom. Das heißt, viel hält er nicht mehr aus. Und ich auch nicht. Mann. Die Munitionskisse ist genau hier. Ja, und wie komme ich da jetzt... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja! Und komm schon, noch eine! Und noch eine! Und noch eine! Mein Gott! Kratz doch ab! Komm schon, nimm, 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 nimm! Oh, 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 oh! Ja, Freunde! Ist es Zeit für ein Duke-Bier? Nee! Doch nicht, Bäum! Das, das sparen wir uns auf! Und es ist tot! Ja! Hey! Und da tanzt ein... Oberkörper von einem Schwein! Hey! Schaut nur, wie es tanzt! Wie es tanzt! Wie es tanzt! Wie es tanzt! Och, jetzt ist es schüchtern! Lebst du noch? Ja! Es tanzt weiter! Hey! Och! Tanz! Schaut nur, wie es tanzt! Wie es tanzt! Ach! Geld bitte einwerfen! So, ähm... Tja! Wer traut sich da sein Geld einzuwerfen? Komm schon! Na, was ist los? Tanz jetzt! Hallo! Tanz! Äh... Naja... Ich habe übrigens auch so eine Frisur, ne? Ich habe meine, meine, ähm... Rückenhaare mit meiner Frisur vereinigt. Also das sieht total cool aus. So ein Fukuhila, der über den gesamten Rücken und über... den unteren Bereich geht. So! Ähm... So, jetzt muss ich wahrscheinlich hier lang. Das sieht wieder aus wie eine Rampe. Da sind Kisten, die ich kaputt machen kann. Und da ist kein Gegner. Gut. Ich habe Wasserplanschen gehört. Ist da unten Wasser? Ne. So, ähm... Da hinten gibt es bestimmt Fässer, die explodieren können. Muss ich da lang? Sieht so aus, oder? Oh. Ein Brechhausen wäre jetzt nicht gerecht. Ach, Duke. Wir haben noch unsere Knarren und unsere Kraft. Unsere Fäuste. So. Oh Gott. Jetzt sind wir in Penumbra gelandet. Ja, ja. Wir wandern von Spiel zu Spiel. Schaut mal hier in das Visier rechts. Ist das die Gegend hier, oder ist es irgendeine? Da leuchtet etwas. Da ist ein Geist. Wir haben einen Geist entdeckt. Licht. Schatten? Schatten nicht da. Oh oh. Da hat jemand geschlampt. So. Oh mein Gott. Ich hab... Ich hab ganze Zeit Angst, dass hier wieder irgendwelche Brüste auftauchen oder sonst was. Weil ich keinen Bock habe, die wieder auf Daily Motion hochzuladen, die Parts. So, was gibt's da oben? Da oben gibt es... Ja. Boah. Super. Tolle Sachen. Aha. Eine Schubkarre. Doch, das ist aus der Demo. Doch, 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 doch. Moment. Müssen wir die Dinger jetzt nicht hier rausnehmen? Bäh. Sonst ist das für Duke viel zu schwer. Road closed. Moment. Ah, wusste ich's doch. Ähm, was hab ich denn? Ja, tauschen wir mal hier. Und... Jetzt schön die nächsten Fässer raus da. Wenn ich jetzt hier reingehe, kann ich fahren? Kann ich fahren? Fahr! Auf, auf! Und los! Ach, verdammt. Keine Sprachsteuerung. Ähm... Kann ich da schieben? Ach, ich kann's schieben. Lalalala. Und, ähm... Achso, und jetzt muss ich da rein, oder wie? Oh Gott, ich hab Angst. Gut, dann... Hm? Auf gut Glück. Ähm, aber ich glaub da links ging es noch weiter, glaube ich. Weiß ich gar nicht. So. Äh, Hebel drücken. Und... Oh Gott! Mir wird schlecht! Ich... 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 Ich hör da etwas krabbeln. Ich hör... Oder sind das die... Wassertropfen? Das sind die Wassertropfen. Hoff ich. Na ja, haben wir ziemlich gut, äh... Kaputt gekriegt, ne? Ja, damit nicht stolz auf mich. Ach, hier ist wieder Gas. Doch, das ist aus der Demo. Hundertprozentig. Höh. Was seid ihr denn für Dinger? Oh, oh! Was bist du denn? Ih! Igitt! Oh! Ich bin immer größer. Nee. Hopp! Da! Ja! Ja! Verdammt! Und komm schon runter! Ich bin der Duke. Und nach mir kommt Laman nicht. Ach, jetzt haben die es kaputt gemacht. Jetzt kann ich da rauf. Oder? Ja. Hopps! Und hopps! So, jetzt muss ich mich leichtfüßig wie eine kleine Ballerina bewegen. So, und jetzt wieder rumtrampeln. Ähm, Checkpoint wieder gespeichert. Ich muss mal gleich, ähm, wieder einen kleinen Schnitt machen und gucken, ob, ähm, die Festplatte nicht voll ist. Aber na ja. Was machen wir dann? Wenn die Mission gleich vorbei ist, wird sie eh gleich sein. So, kann ich hier wieder was schieben? Habe ich's kaputt gemacht? Nein. So. Hi. Komm schon, bewege dich. Mach's gut. Schreib mir. Nee. Okay. Der Green Lantern. Hat ihn einer zufällig von euch gesehen? Ist er gut, der Kinofilm? Hm. So. Au! Ey! Ich wurde weggeschubst von... ...einem Stein. Oder einem riesengroßen Kackhaufen. Oh Gott. So. Und jetzt geht's... Oh, das sieht... Das sieht gefährlich aus. Das gefällt mir. Oh Gott. Wir werden sterben. Na ja. Versuchen wir's einfach mal. Komm. Wer nichts riskiert, der... ...riskiert nichts. Haha. So. Und... Und jetzt Looping. Komm, Looping. Looping. Oh. Fledermäuse. Und jetzt. Hui. Und wow. Und... Komm her Schweinchen. Und nach links. Ja genau. Da ist das nächste Schweinchen. Zack. Wow. Und Lecks. Die Lecks haben wir auch hier weggehauen. Und... Und... Ah. Ah. Nochmal. Nochmal. So. Alles schön wieder richten. Und... Was machen die... Die schießen mein Auto ab. Hey. Hey. Hallo. Badabing. Badabung. Yeah. Und... Wow. So. Ich würd sagen... Wir steigen jetzt erstmal ins Auto. Die Mission ist eh gleich vorbei. Das weiß ich. Das hab ich im Blut. Das hab ich heute in der Zeitung gelesen. Heute morgen. Dass die Mission gleich vorbei ist. So. Ja.